Hallo, wie geht es dir? Wusstest du, dass die Dehnung der Vokale A, E, I, O und U typisch für die deutsche Sprache sind? Noch nicht gehört? Unser Max weiß auch nicht, was er mit den Vokalen und der Dehnung gemeint sein soll. Doch da fällt ihm ein, dass er beim Lesen manchmal von seiner Lehrerin korrigiert wird. So las er erst gestern den Satz vor, Und die Lehrerin korrigierte ihn Doch woher kann Max nur wissen, wie er die Wörter aussprechen soll? Geht es dir da so ähnlich? Keine Sorge, mithilfe dieses Videos möchte ich, Nina, dir einige Regeln zur Unterscheidung von Dehnungsvokalen vermitteln. Das Thema des Lernvideos sind demnach die Dehnungsvokale. Viel Spaß dabei! Beginnen werde ich mit der Dehnung eines Vokals durch die Vokalverdopplung. Als nächstes erkläre ich dir, was es mit dem Dehnungs-H auf sich hat. Und zum Schluss erläutere ich dir das Dehnungs-E. Als Vorwissen für dieses Lernvideo solltest du schon wissen, was ein Vokal ist. Ich erinnere mich, ein Vokal oder auch Selbstlaut genannt, ist ein stimmhafter Laut. Dazu zählen die folgenden Buchstaben A, E, I, O und U. Was hat das nun aber mit der Vokalverdopplung auf sich? Kommen wir nochmal zu Max' Beispielsatz aus der Schule zurück. Die Biene hatte eine Idee, mit einem Boot raus auf das Meer zu fahren. Hier sind mehrere Wörter, die diese Verdopplung des Vokalbuchstabens haben. Wie das Wort Idee, Boot und Meer. Hier findest du den Buchstaben E zweimal hintereinander geschrieben. Und bei Boot wurde das O verdoppelt. Warum schreibt man Boot mit zwei O? Denn auch mit einem O würde es ja Boot heißen. Diese Doppelung der Vokale wird eingesetzt, um die Länge bzw. die Dehnung des Vokals anzuzeigen. Auch zu dem Buchstaben A gibt es Wörter mit einem doppelten A, wie zum Beispiel der Saal oder der Staat. Du kannst dir also merken, tritt in einem Wort eine Doppelung eines Vokals auf, A, E, O, so wird der verdoppelte Vokal gedehnt ausgesprochen. Wie zum Beispiel bei Boot. Wie du siehst, ist der Vokal O doppelt geschrieben und wird daher gedehnt ausgesprochen. Sonst würde es lauten, Bot. Die Vokale I und U werden in der deutschen Sprache nicht verdoppelt. Um die Dehnung eines Vokals deutlich zu machen, gibt es auch noch das Dehnungs-H. Kommt dir das Dehnungs-H schon bekannt vor? Max hat es schon mal gesehen und zwar in meinem Beispielsatz. Die Biene hatte eine Idee, mit einem Boot raus auf das Meer zu fahren. Richtig, fahren ist ein gutes Beispiel für das Dehnungs-H. Das A wird hier langgesprochen und da der Konsonant R dem H folgt, wird die Dehnung anhand des Dehnungs-Hs deutlich. Weitere Beispielwörter sind Nehmen, Ihm, Moor, Ur oder Kuh. Das Dehnungs-H wird verwendet, wenn entweder dem betonten Vokal einer der Konsonanten L, M, N oder R folgt, wird das Dehnungs-H zwischen Vokal und Konsonant verwendet. Oder wenn im Anlaut, also am Anfang eines Wortes, nur ein Konsonant vor dem betonten Vokal steht, dann folgt ebenfalls das Dehnungs-H. Das Dehnungs-H kennzeichnet damit die Dehnung des vorangehenden Vokals. Da das H hier allein die Funktion der Dehnungs-Markierung hat, handelt es sich hierbei um ein sogenanntes stummes H. Es wird demnach nicht gesprochen. Dieses Dehnungs-H kommt bei allen Vokalen vor. Bei dem Vokal I tritt es jedoch selten auf. Max kennt aber auch Wörter, deren Vokale gedehnt werden, aber kein H folgt. Das ist richtig, denn bei dem Dehnungs-H gibt es einige Ausnahmen. Beginnt ein Wort mit dem Buchstaben So wird der Vokal bei Wörtern wie Aber es erfolgt kein H. Es gibt auch Wörter, die gleich gesprochen, aber unterschiedlich geschrieben und daher verschiedene Bedeutungen haben. Wie, Wahl, das Tier, Wahl, also die Entscheidung, Meer, das Wasser, Meer, mehr haben, Mal, Kennzeichnen, Mal, das Essen, Malen, beim Zeichnen oder Malen, Zerkleinern. Diese Wörter kannst du nur unterscheiden, wenn du deren verschiedene Bedeutungen kennst. Merke dir, tritt in einem Wort nach einem Vokal A, E, I, O, U und den Konsonanten L, M, N, R ein H auf, dann wird der Vokal gedehnt. Wie zum Beispiel bei der Uhr. Tritt das Dehnungs-H nach einem Vokal auf und am Anfang des Wortes steht nur ein Konsonant, so wird der Vokal gedehnt. Wie zum Beispiel bei der Q. Als nächste Brücke für die Vokaldehnung hilft dir das Dehnungs-E. Wie vorhin schon erwähnt, kommt das Dehnungs-H selten bei dem Vokal-I vor, denn für das I wird häufig das Dehnungs-E verwendet. An einem lang gesprochenen I wird häufig im Deutschen ein E drangehängt. Auch in meinem ersten Beispielsatz hatte ich so ein Wort. Fragen wir nochmal Max, wie der Satz lautete. Die Biene hatte eine Idee, mit einem Boot raus auf das Meer zu fahren. Findest du das Wort? Richtig, die Biene. Auf dem E liegt hier die Dehnung, die du gut durch das angehängte E erkennen kannst. Andere Wörter mit dem Dehnungs-E, die du kennst, sind zum Beispiel spielen, schieben oder siegen. Merke dir. Einem lang gesprochenen, betonten I wird häufig ein Dehnungs-E angehängt, sodass das Wort mit IE geschrieben wird, zum Beispiel bei unserer Biene. Es gibt aber auch Ausnahmen, manche Wörter sieht man das betonte I nicht an, zum Beispiel bei Bibel, Krokodil oder Biber. Das waren nun viele Regeln, die du kennengelernt hast. Daher werde ich sie dir nochmals mit Max zusammenfassen. Vokaldehnungen lassen sich durch Doppelvokale erkennen, wie zum Beispiel bei der Idee, die mit zwei Es geschrieben wird. Das Dehnungs-H verweist ebenfalls auf eine Vokaldehnung hin. Es tritt stets nach dem gedehnten Vokal auf, wenn dem H die Konsonanten L, M, N oder R folgen oder wenn das Wort mit nur einem Konsonanten beginnt. Des Weiteren weist das Dehnungs-E auf ein langgezogenes I in einem Wort hin und du erkennst es an der Bildung zu einem IE. Nun solltest du gedehnte Vokale leicht erkennen können. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.